ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde des guten geschmacks und herzlich willkommen zurück zu W.O.W. Klassik und uns pack einen Priesterin Andolin. Ja, was haben wir denn da? Wir haben hier nämlich eine neue Quest-Erforschung der Verderbnis. Das gibt nämlich hier einen fancy roten Umhang, der wirklich auch mal nach dem Umhang aussieht und nicht nur als Unterlage für unseres Prachthaar dient. 5 Willenskraft, absolut episch, geiles, seltenes Item, rot auf rot. Wie tut es? Meinem Auge gar nicht gut. Ja, was machen wir da? Also erstmal müssen wir uns die Quest mal angucken und sie ist rot und sie ist unsere erste Dungeon-Quest. Ja, heißt es eigentlich eine Quest oder ein Quest? Also ist es ich mache die Quest oder ich mache eine... Oder? Bin ich jetzt irgendwie blöd? Ich weiß nicht. Die Quest oder das Quest? Nee. Ich weiß nicht. Mit diesen Anglizismen ist es immer irgendwie so eine komische Sache. Man benutzt sie so viel, man hat aber keine einheitliche Regelung irgendwie zumindest. Vielleicht gibt es die und der Duden hat da schon irgendwas geregelt, aber es kriegt halt keiner mit, weil ja jeder nur noch in Anglizismen spricht und sich keiner mehr für die deutsche Sprache und damit auch für den Duden interessiert. Zum Beispiel wäre da die Mod. Ist es eine Mod oder ist es der Mod? Ich weiß nicht. Was sagt ihr? Ich sage glaube ich immer, ich lade mir den Mod runter. Also ist es bei mir ein Mod. Aber viele sagen auch eine Mod. Keine Ahnung. Irgendwie vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einen Denkfehler im Kopf. Ich weiß es nicht. Soll es auch nicht interessieren. Aber es ist doch echt komisch, oder? Wenn ich zum Beispiel etwas let's playe, ist ja kein Problem zu sagen. Also mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Kann ich auch aufschreiben. Aber wenn ich jetzt in der Vergangenheit rede, wie wird das geschrieben? Ich habe etwas let's playe. Played hört sich ja zufällig auch so ein bisschen so an, wie die Vergangenheitsform von to play. So würde ich es dann auch instinktiv immer erstmal schreiben. Aber es ist natürlich Quatsch, ja? Also im Deutschen. Ich glaube, man hängt einfach ein T hinten dran. Tatsächlich. Ich meine, sowas mal gelesen zu haben. Rechtschreib regelmäßig so. Ja, aber da könnt ihr gerne mal, falls jemand da sich auskennt mit Rechtschreibung, dann kann er das gerne mal zum Besten. Ich glaube, man macht tatsächlich ein T hinten dran. Also wie, das ist quasi dann eingedeutscht so halt, ja? Also let's playe, also P-L-A-Y-T wird das dann, glaube ich, geschrieben. Huhu, ihr Lieben. Einen schönen Samstag wünsche ich euch. Seht ihr, in so einer netten Gilde bin ich jetzt. Das wünsche ich dir auch. Danke. Ja, kleine nette Gilde, obwohl so klein ist die gar nicht. Hier. Müssen wir ein bisschen hier auf Persönlichkeitsrechte jetzt achten und so. Denn die tragen auch den Vornamen da ein, finde ich super. Das mag ich sehr gerne, wenn Gilden auch mit Vornamen sich ansprechen und nicht nur mit ihrem Char-Namen. Ja, wo laufen wir eigentlich hin? Wo laufen wir eigentlich hin? Ihr seht, der Basti ist wirklich gut drauf. Ich habe ein bisschen Geld gecheatet. Sieht gar nicht danach aus, aber wir haben jetzt hier einen neuen Zauber, die Magie-Bannung. Und ich habe ein bisschen geshoppt. Ich war bei KICK und habe hier die neuesten Sonderangebote gekauft. So, einmal, denn wir haben, schaut mal, wir haben hier noch eine, die haben wir ja selber gemacht, ne? Die wunderschöne Lady in Red, äh, Robe, Stufe 5. Da haben wir dann 6 Willenskraft. Zwar ein Int weniger. Und wir tragen jetzt bauchfrei. Naja, bei so einer Hüfte und so einem wunderschönen Bauch ist vielleicht sogar der schönste Bauch hier in Classic. Im Vergleich jetzt zu Zwergenfrauen auf jeden Fall. Ähm, genau. Da tragen wir jetzt hier modisch, ähm, ein bisschen alternativ angehaucht. So, und dann haben, Moment, ich will es nochmal vergleichen. Da haben wir jetzt hier 3 Ausdauer, 5 Willenskraft. Denn da haben wir auch noch Vollstufe 8, ja? Also kriegen wir nochmal 2 Wille und 3 Ausdauer. So, dann haben wir Schuhe, nischt. Haben wir Schuhe, 5 Willenskraft. Ba-bam. So, und da haben wir jetzt echt, ähm, richtig Gas gegeben hier. Wir hatten, glaube ich, vorher 50 oder so Willenskraft. Ich war ein bisschen, äh, farmen, sag ich mal. Ich hab das noch nicht, doch hab ich schon verkraftet. Achso, warte mal, was wir jetzt auf jeden Fall verkraften können, ist das. Äh, ich wollte, war ein bisschen Stoff farben. Ich hab einfach so ein paar Geister da gehauen bei Ahmed Aran. Ähm, ja, die geben aber keine Erfahrung, ne? Hab so 19 Stoff zusammengefarmt. Dachte ich mir, das muss ich ja nicht machen, während ihr da zuguckt. Weil ich unser Schneiderhandwerk ein bisschen vorantreiben will, weil es geht jetzt ja schon mit Wollstoff los. Ich hoffe mal, es droppt noch ordentlich, ähm, Leinenstoff. Denn wir brauchen noch ein paar Punkte, ja. Wir haben jetzt, ich glaube, ab 80 oder so geht das erst los. Oder sogar später mit, mit Wollstoff. So, ja, und warum ich jetzt nochmal investiert habe. Ich, ich hatte beim, beim Farmen des Stoffes, da würde sich jetzt meine Mutter freuen, dass ich das so sage. Nicht wegen dem, wegen dem Stoff. Ne, ich bin ja Hesse eigentlich, ich lebe jetzt zwar in Berlin, bin aber Hesse. Also da aufgewachsen. Meine Mutter kommt ja aus Wilhelmshaven. Beziehungsweise kam aus Wilhelmshaven. Und, äh, naja, die Norddeutschen, die reden einfach ein besseres Deutsch als der Rest der Republik. Und die, ähm, ja, da hat sie immer, wenn, vor allem wenn ich dann jetzt länger nicht zu Hause war, da hat sich das dann ein bisschen mehr eingeschlichen. Und in Hessen sagt man das so wegen dem, ne? Ich glaube, so in Franken sagt man das auch. Das heißt nicht wegen dem, das heißt wegen des, hat sie dann immer gesagt. Es heißt ja auch deswegen und nicht dem wegen. Ja. Und von daher versuche ich da, und da hat meine Mutter recht, ja. Und ihr müsst mal darauf achten, ich meine, das ist eine Definitionssache, ja. So, so spricht man halt Deutsch, wenn man Deutsch spricht. Und, ähm, das, so, sag ich mal, der, der allgemeine, äh, auf, äh, der Straße, ja, ähm, da Fehler hat, ist ja eine Sache. Aber meine Mutter hat das immer tierisch aufgeregt, dass ja im deutschen Fernsehen, das da mittlerweile auch in hochoffiziellen Sendungen und so, ne? Auch dem gesagt wird. Und es ist einfach schlechtes Deutsch und es versaut die deutsche Sprache. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da einfach noch was überbleibt von der deutschen Sprache. Oder? Und es ist eine schöne Sprache. Also, so, Amis zum Beispiel, die finden die total toll, ne? Es ist eine schöne und es ist eine sehr präzise und eigentlich auch eine sehr effiziente Sprache. So, Englisch zum Beispiel ist halt einfach zu lernen, ne? Aber, äh, man muss unheimlich viel umschreiben und so. Also, wenn man Fachbücher auf Englisch liest, da liest man halt einfach doppelt so viel Text, ne? Wie, wie auf Deutsch. Auf der anderen Seite ist sie auch genial, weil sie auf, äh, so große Kleinschreibung verzichtet, weil, äh, viele Vokabeln einfach nicht. Weil sie einfach kontextgebunden sind und so kommt die Sprache dann mit wesentlich weniger, äh, Vokabeln aus, ne? Aber, äh, ja, man muss ja mal wissen, für was braucht man sie denn, ne? Oha, ich merke es jetzt schon, Wahnsinn. Äh, das, das Mana besser reckt. Sehr geil. Das war super. Ja, weil das war halt irgendwie, ich hab dann so mit dem Stab gekämpft und hier ist überhaupt nichts passiert. Gut, es wird jetzt nicht, äh, um 150 Prozent schneller sein, aber ich bilde mir ein hier gerade. doch eine Verbesserung erreicht zu haben. So, und jetzt klappt das nämlich auch, weil das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, ja? Meine Idee mit dem, ach, scheiß doch auf, äh, Willenskraftentzug heißt das, glaube ich, ne? Genau, Willensentzug. Und wir machen das jetzt mit dem Stab und wenn man es geschickt macht, hat man ja trotzdem genauso wenig Downtime. Und das, oh, Kiste, 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 das ist die erste, glaube ich, Leute. Trommelwirbel Yes Stärke Beweglichkeit ist nicht so schlecht Jetzt haben wir von Level 14 Entzaubern oder Verscheuern Wir müssen halt auch mal ein bisschen an unser Geld Das ist halt als Entzauberer ätzend weil so andere Berufsgruppen, die können halt komplett über während sie hier in der Welt unterwegs sind So und jetzt müssten wir eigentlich hier zack machen Ne, ja doch, genau Das bringt ja eigentlich nichts mit jedem Frostblitz Mit jedem Frostblitz haben wir sofort wieder so einen Snare drauf Naja, und wer bist du? Au Genau, und den habe ich auch gelernt Der war billig, ja Oh, den haben wir aber noch nicht rein Moment Hier Der hat nur ein paar Kupfer gekostet Voll gut Ach, das klappt übrigens mit dem Ich hatte ja mal gemeckert, dass man dass es irgendwie so bugmäßig ist dass man den Zauberstab nicht benutzen kann sondern erstmal so einen Schritt laufen muss Vielen Dank auch Ich komme jetzt gerade nicht drauf Wer das gepostet hat Tatsächlich Der Zauberstab hängt quasi Also der ist von dem Cooldown dem globalen Cooldown betroffen Also man kann einfach ein paar Mal auf in dem Fall auf R drücken und dann, wenn der Cooldown abgelaufen ist dann wechselt der Jar auf den Zauberstab Aber ich muss sagen Ich bin zufrieden Denn ich hatte dann schon überlegt so Machst du dann doch hier noch einen Punkt rein Man muss ja hier nicht volle Punkte reinmachen Vor allen Dingen in der Instanz Also ich glaube ich mache da so zwei Pünktchen vielleicht rein Dann haben wir 40% Chance Wenn man eine Gruppe von von drei Mobs in der Instanz pullt ist die Chance eigentlich sehr hoch dass das Ding prockt Ja Yes This I like Dann machen wir den ganzen Craft Kram hier rein Und dann können wir den Loot Kram wo ich noch nicht weiß was ich damit mache Aber eigentlich müssen wir Entzauberungen mal voranbringen Wir haben eigentlich kein kein Geld dafür So da kommt jemand Da höpfe ich mal über den Zack Was schreiben sie da Ah ne Irgendwas Na wo willst du hin Hast du hier So wir brauchen Achso genau Ich lese sie nochmal kurz vor Beziehungsweise gucken wir uns mal kurz an Hier die Mathistra Relikte Ich hatte eben schon mal so Die stehen hier Die stehen hier irgendwo so rum Ich hatte die mit meiner Schurkin nämlich schon gemacht Ja Ist irgendwie Ist irgendwie so bei mir Also es gibt viele Klassen oder auch Geschlechter Die ich nicht spielen möchte Weil sie in meinen Augen nicht cool aussehen Das ist zum Beispiel Der Mensch Die Frauen sehen ein bisschen cooler aus als die Männer Aber die Frauen haben auch keine coole Castpose Das finde ich halt auch voll wichtig Und der Der Nachtelf Typ sieht irgendwie auch ein bisschen Komisch aus Aber als Druide würde ich ihn wohl spielen Als Schurke Finde ich ihn dann schon wieder ein bisschen zu uncool Ähm Also als Druide kämpft man dann ja eh in Tiergestalt In der Regel Es sei denn man spielt Den Caster Und das sieht schon wieder ein bisschen komisch aus Ne Da ist glaube ich Ne Da kommt Oh Mach dich auf die Reise Zack Hoffentlich pullt er jetzt keinen Oh Oh gut Das wir einen Zauberstab mittlerweile haben Und nicht hier nur mit dem Mit dem Stab kämpfen Nice So und jetzt seht ihr Ich habe Ich hatte ja immer mal gesagt Also ich versuche so Ein bisschen Klavier zu spielen Immer bei WW Also viele die machen ja ihre Ihre Taskbar hier als so ein Doppelding In die Mitte Und klicken das immer mit der Maus Das mache ich nicht Sondern ich spiele das komplett mit Tastatur Bis auf solche Sachen oder so Ja Verblassen Da habe ich dann schon noch Zeit Mal drauf zu klicken Ähm Das hier zum Beispiel Weiß ich nicht Ob ich das im PvP jetzt auch so drin hätte Das habe ich Weil der ja auf Heal geskillt wird Ne Der Char Und da kann ich dann einfach Also man kann natürlich auch alternativ als Heiler Ähm Mit den F-Tasten Ähm Die Gruppenmitglieder anwählen Und dann mit der Maus Die Heilzauber jeweils immer starten Ja das mache ich aber nicht Sondern ich Wähle die Gruppenmitglieder immer an mit der Maustaste Und tue dann mit meiner Hand Die Den jeweiligen Zauber Abfeuern Das mache ich deswegen Weil zum Beispiel Weil ich Ich versuche auch immer Dass Das verschiedene Klassen Dass die die gleiche Tastaturbelegung haben Oder annähernd Ja Also das hier ist zum Beispiel Auch beim Magier der Bubble Ne Ähm Ja Und Ähm Genau Und der Krieger zum Beispiel Der hat ja so verschiedene Stances Ne Also so verschiedene Haltungen Und wenn ich den spielen würde Dann wären auf den F-Tasten Die verschiedenen Haltungen Ja Die drei verschiedenen Ja und so muss ich mich halt dann Nicht umgewöhnen für einen Heiler Ne Deswegen habe ich auch nie so So Healbot oder so Habe ich irgendwie nie gebraucht Muss ich sagen Okay wenn man so ein So ein 40er Raid oder so heilt Ist das irgendwie was anderes Ähm Aber jetzt sag ich mal so Für normalen Instanzkram Brauche ich keine Addons Nix Ne Ich habe nach wie vor Habe ich nicht ein Addon hier drauf Kommt auch nicht drauf Selbst diese Taschen Taschenterror Oder Aha Ich will hier die volle Klassikdröhnung Ey Hier kommt mir kein Addon drauf Warum? Ich will hier nichts optimiert haben Ich will mir das alles selbst Erbasteln Auch so im Aha Weil ich tipp dann ein Und Äh Ich scanne dann Ich weiß gar nicht Gibt es das überhaupt Dieses Aha Addon Für Klassik Weiß ich gar nicht Also ich ähm Ja ich gucke mir dann halt Die Angebote an Und nehme halt die Zeit Ne Naja das ist jetzt auch schon Eine Weile released Äh Klassik Und ich bin halt auch Als Level 18 Gut das liegt ein bisschen Da an dem Let's Play Aber mein Main In Anführungsstrichen Ja Main Ich hab jetzt mal ein bisschen Fleißig Getränke gekauft Dass wir hier immer Was zu trinken haben Zum Recken Mein Main ist auch erst 20 Ich zock das auch nicht mehr So intensiv wie damals Ne Also Ich daddel mal ein Zwei Stündchen Und dann Äh Und nicht 12 Oder so Alter Wie man das früher Manchmal so gemacht hat Also wo man Ähm Ja Gar nicht dazu gekommen ist Sich überhaupt anzuziehen Direkt vom Bett Auf den Stuhl gefallen Irgendwie die Chips lagen Vom Abend noch am Platz Und ein Stück Pizza Findet sich auch noch irgendwie Unterm Tisch oder so War ja klar oder Es ist aber auch Manchmal einfach geil So richtig geil Zu verwahrlosen Irgendwie vorm Rechner Morgens aufzustehen Man hat schon so im Halbschlaf So irgendwelche Dinge Im Kopf Jetzt ist es so Ja okay Ja ja okay Ja 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 Dann mach ich jetzt Genau So mach ich das Augen auf Kaffee gemacht An Rechner Guckt irgendwie Ach geil Hier ist noch was zu fressen Von gestern Abend Irgendwie schmeckt nicht mehr so geil Aber es ist noch gut Und äh Ja los geht's Und dann Kennt ihr das Dass ihr im Schlaf Ähm Irgendwelche Problematiken Aus Games Löst Ich hab das das erste Es ist aber ganz normal Ja Das äh Also auch so Alltagsprobleme Ist es ja auch so Ne Also das Gehirn arbeitet ja Wenn man schläft Und verarbeitet Vor allen Dingen Vom Vortag Die Geschehnisse Und da ist das natürlich Ein ganz normaler Prozess Und ähm Ich hatte das das erste Mal Wie ihr wisst Ich bin ja schon Der coole Cousin So ein großer Cousin Natürlich auch Dann findet man den besonders toll Ich glaub ich war irgendwie so Acht oder so Kann das sein Der war halt schon ein bisschen älter Aber irgendwie so zwölf Und ähm Der und sein Cousin Also was ist denn das dann Oh noch eine Kiste Geilo Äh mein Großcousin Oder so Ich weiß das gar nicht Die haben äh So Sachen auch wie Das schwarze Auge Haben die gespielt Äh Risiko Auch haufenweise so Andere Gesellschaftsspiele Hotel Ähm Irgend so ein geiles Börsenbrettspiel Das war auch voll cool Wo man so damit Aktien gehandelt hat Und so Ich weiß gar nicht mehr Wie das hieß Naja und eben auch Äh Also das waren so richtige Zockernerds ne Und das war für mich irgendwie geil Ich glaub da Da hab ich das dann auch Irgendwie her halt Ne Dass ich irgendwie da so Äh Ja so einen Spaß entwickelt hab Und das eben irgendwie Eins meiner Hobbys geworden ist Und da gab's damals Ein U-Boot-Simulator Silent Service Nicht Silent Hunter Silent Service Genau Und da haben wir dann Diesen U-Boot-Simulator Gezockt auf Macht das Sinn Die Sätze pullen Da ist Da hinten Ne Keine Relikte Ähm Ja und dann haben wir halt Den ganzen Abend Bevor wir ins Bett gegangen Haben wir dann den U-Boot-Simulator Gezockt ne Und ähm Ja für so kleine Kinder Das ist ja auch immer witzig Die sind eigentlich Hoffnungslos überfordert Mit so einem Spiel Äh Weil die natürlich keine Ahnung haben Von irgendwelchen U-Boot-Taktiken Und so Äh Das ist genauso der Microsoft Flight Simulator Übrigens Ja zu dem sag ich aber gleich Nochmal was Und ähm Man entwickelt Man hat aber trotzdem Einen tierischen Spaß Manchmal auch einfach Aus Mangel an Alternativen Sowas kennt Glaub ich Die heutige Jugend Gar nicht mehr so Ne Damals konnte man Sich nicht immer aussuchen Was man spielt Als Kind Ganz ehrlich Also Äh Ja Einmal war es Wegen der Plattform Oder eben auch Wegen des Angebots Der Spiele Oder so Ne Und naja Und dann hat man natürlich Trotzdem irgendeinen Spaß Aber ähm Ja Es war halt auch nicht einfach Und man ist ständig geplatzt Irgendwie Und äh Da hatte ich dann Das erste Mal Das ich so im Halb Morgens dann so im Halbschlaf Oder in der Spätphase Des Schlafs Oder ich weiß nicht Wie man es nennen soll Dann da Äh Von diesem U-Boot-Spiel Geträumt hab Und das Witzige ist Wenn man so Solche Probleme Und wie gesagt Das geht ja nicht nur Für Computerspiele Sondern auch so Wenn man irgendein Problem hat Mal jetzt grad irgendwas heimwerkt Oder irgendwas auf der Arbeit Oder so auch hat Ich hab das dann In ähm Theaterproduktionen Manchmal irgendwie Wenn man so im Endproben Stress ist Und dann äh Hab ich dann im Schlaf So Eingebungen Wie ich das löse ne Und da hatte ich das das erste Mal Hab ich dann von dem Spiel geträumt Aufgewacht Rüber zu meinem Cousin Und dann haben wir das so gemacht Und es hat voll gut geklappt So Dann jetzt Flight Simulator Guckt mal Guckt mal bei YouTube Einfach Microsoft Flight Simulator 2020 Gibt's von der GameStar Ein Video Die stellen da die Alpha vor Alter Vater ey Das wird ein hammerhartes Ding Ich bin ja nicht so Ein ziviler Flugsimulator Zocker Aber ich hab So bin ich da jetzt Eben drauf gekommen Ich hab auch damals auf dem 286er oder so war das glaube ich Auf dem Bernstein Monitor Dann Den Microsoft Flight Simulator Gezockt Und natürlich auch Hoffnungslos über Überfordert Mit Tastatur Also ohne Joystick Und eben Ja Ständig irgendwo Reingecrasht Ne Weil man halt natürlich Von der virtuellen Fliegerei Im Gegensatz zu heute Überhaupt keine Ahnung hatte Ja Aber es hat trotzdem Riesigen Spaß gemacht Aber das Das ist ein hammerhartes Ding ey Ich glaube es braucht dann Irgendwie so Hab ich zumindest gehört Zwei Terabyte Festplattenspeicher Ja Zwei Terabyte Und man kann um die ganze Welt fliegen Und es ist an Realismus Es ist Also Völlig irre Völlig wahnsinnig Das sieht grafisch So monströs geil aus Die nehmen dann Von der Suchmaschine Bing Bing hat wohl Also es ist ja von Microsoft Bing Und die haben wohl auch so ein Google Maps Ding anscheinend Google Maps Ding Also Bing Ähm Und die haben eine KI geschrieben Die dann Diese Diese Google Maps Sag ich jetzt einfach mal Ähm Ja In eine 3D-Landschaft umrechnet Ja Also die KI erkennt dann Das ist ein Haus Und da gibt es so verschiedene Hausmodelle Oder Vegetations Biome Sozusagen Ja Und Es sah irre aus Und so So Ähm Points of Interest Quasi Wo wir hier gerade bei Anglizismus sind Ähm Werden natürlich extra moduliert Ja Die haben dann so einen Flug über den Alex gemacht Über die Siegessäule in Berlin Oder Über die Pyramiden Oder Also völlig irre Auch wenn man dann übers Meer fliegt Ja Die haben eine irre ähm äh äh Physik-Engine da am Laufen Haben die Atmosphäre in 13 Schichten unterteilt Ähm Dann so Regenanimationen Ja Wenn der Wind so den Regen am Flugzeug vorbei peitscht Das sind korrekt berechnete Flugbahnen von Regentropfen Also keine Texturen die da am Fenster äh tropfen äh ähm behaupten Sondern ja wird wirklich dann äh äh Ja ich weiß nicht ob es jetzt jeder Regentropfen ist Aber auch wenn dann die Sonne auf Also die Wolkendecke aufbricht Die Sonne durchscheint Und dann wird halt die Lichtbrechung berechnet Und so können eben auch Regenbogen entstehen und so Ja der Der Wind bläst übers Meer und formt die Wellen entsprechend Irre Also völlig geil Das wird es natürlich auf B-Seiten Gaming geben Also Hammer Mit dem Ding kann man so geil seinen Urlaub planen Ja Also da hockst du dich in den Helikopter Und fliegst einfach mal sagst ich will an die Algarve Und dann fliegst du da halt mal mit dem Helikopter rüber Und guckst dir die Natur an und sagst Oh Mensch das guck ich mir mal an ja Absoluter Wahnsinn Ah ja und dann machen sie noch ähm Den echten Flugverkehr mit rein Also es gibt ja schon so Apps für Handys Äh auch völlig wahnsinnig So kann man Terroranschlag super planen ja Äh kannst du dann so durch die Kamera in deinen Äh in die Luft gucken Also durch die Kamera deines Handys In die Luft gucken Und wenn dann ein Flugzeug vorbeifliegt Ist das Flugzeug beschriftet Mit der Flugnummer Der Anzahl der Passagiere Und dem Flugziel Ah hier ist endlich mal so ein Relikt Ja und das kommt dann auch ins Game Also mit echten Flugverkehr Multiplayer Ja Also MMO mäßig Quasi hier Äh Plus Schiffsverkehr Also mit den Transponder-Signalen Der großen Frachtschiffe Und Kreuzfahrtschiffe Also wenn grad die Queen Mary 2 In New York im Hafen einläuft Dann läuft die da halt auch in den Hafen ein Völlig irre Also da freu ich mich riesig drauf Ist das jetzt grad in der Alpha irgendwie Mal gucken Ja also das wird's auf jeden Fall Auf B-Seiten Gaming geben Irre Aber ich werd ja eh nochmal ein Video machen So über Also hier so eins Oh toll wieder ne Niete Äh so ein Wohnzimmer-Rapport Und ähm Werd da überhaupt mal über Ich plan auch ähm Ja Red Dead Redemption Kommt jetzt auch für den PC Ich hab's da schon für die Xbox Und ich war schon kurz davor Mir so ne Video-Capture-Karte zu kaufen Weil ich wollte es eigentlich von Anfang an Als Let's Play bringen Denn Also A Ich steh total auf Western Ähm Und dieses Game ist an Immersion An Detailverliebtheit Ähm Und an Wild West Ähm Kaum zu überbieten Und es Es macht auch was Was ich der Spieleindustrie So ein bisschen vorwerfe Was jetzt durch Classic Ja auch geschehen ist Es nimmt Unheimlich Tempo raus Aus der Zockerei wieder Ne Also Classic ist ja auch einfach Ne Nummer Die Die das Das Spielen wieder entschleunigt Ja Und Und deswegen will ich ja auch keine Add-ons Die mir irgendwie was Beschleunigen Oder so Wenn ich Drei Jahre Ähm Bis Level 60 brauche Dann ist mir das völlig egal Weil in dem Moment Wo ich in diesem Spiel bin Spiele ich ja Also ich spiele jetzt nicht nur Äh Wenn ich schnell level Sondern Auch wenn ich jetzt hier rumstehe Und hier Mich hier umgucke Bin ich trotzdem In der Welt von WoW Und bin glücklich Sozusagen Ne Und das ist bei Red Dead Redemption Auch Ich bin jetzt Guck mal Wann ist das released worden Das ist schon ewig her Ja Ich hab keine Ahnung Und ein Kumpel von mir Der war irgendwie In vier Tagen glaube ich Hat er das durchgehabt Ich bin jetzt in Kapitel 4 Und ich spiele das immer mal wieder Ne Auch mal so zwei Drei Stündchen Aber ich Wenn es Wenn es regnet Ja In der In der Welt Dann schlage ich mein Zelt auf Koch mir einen Kaffee Setz mich Setz mich in das Zelt Und guck dem Regen zu Leg mich pennen Und steh morgens auf Und dann ist das Wetter auch besser Dann wird nochmal was gegessen am Feuer Dann wird das Feuer ausgemacht Dann geh ich zu meinem Pferd Dann kriegt das Pferd was zu essen Dann wird es nochmal gestreichelt Und gestriegelt Dass es sauber ist Und dann wird aufgesattelt Und dann reite ich Im langsamen Trab weiter So spiele ich Red Dead Redemption Also Ähm Ja Also ich lebe so ein bisschen Als Cowboy in dieser Welt Sozusagen Und dann passiert auch immer was Am Wegesrand Ja da ist immer irgendwie was los Oder man sieht irgendwie ein Tier Guckt durchs Fernglas Und ach geil Das ist hier Das ist eine gute Haut Dann Dann jagt man das Tier Oder man landet irgendwo In einem Gebiet von einem seltenen Tier Und so Und auf einmal bin ich Ich wollte eigentlich in die Stadt Weil ich irgendwie Jemanden finden sollte Oder so Und bin dann aber irgendwie Ganz woanders auf einmal gelandet Und komme da überhaupt nicht hin Und es vergehen Fünf, sechs Ähm Echte Sessions Sozusagen am Rechner Äh Wo ich keinen Schritt Vorangekommen bin Aber Es ist Also es ist so Detailverliebt Dieses Spiel Das es einfach so Spaß macht Auch diese Welt zu genießen Ja die Schießereien Die sind unheimlich langsam Ja Du musst die Waffen putzen Du läufst Ich laufe da auch dann Irgendwie langsam Ich reite nicht immer Mit Vollgas Durch die Gegend Oder so Es gibt keine Schnellreisefunktion Ja also du musst wirklich Durch diese gigantische Welt Übrigens auch hier in WoW Classic Ähm Das Fehlen dieser ganzen Portale Und Und Flugpunkt an jeder Ecke Macht diese Welt einfach Groß Und Großartig Ja also Ich bin wirklich wieder in einer Riesigen Welt Das sind riesige Distanzen Und Und das finde ich einfach geil Und Und man ist einfach Ja Ja das ist doch auch der Sinn von Von Zockerei Oder von Gaming Ähm Auszusteigen Aus Aus dem Alltag Und dem Und auch auszusteigen Aus sich selbst Also dem Wer man ist Ja egal ob man das jetzt so Mega Rollenspiellastig betreibt Oder nicht Aber Ähm Ich finde Ähm Immersion ist halt Ein Thema Ja wenn ich halt irgendwie Ähm War in the East spiele Da möchte ich mich halt fühlen Wie Wie ein General am Kartentisch Wenn ich halt Ähm DCS spiele Möchte ich mich halt fühlen Wie Wie ein Kampfpilot Oder so Ne Und Und das schafft Red Dead Redemption Wie kaum ein anderes Spiel Und Es gibt eine geile Kamerafunktion Ähm Ja wo halt die Kameraeinstellungen So filmisch auch sind Von daher Hätte ich da einfach Bock drauf Da Ähm Ja so ein So eine Ja so eine kleine Western Serie Dann zu machen Oh ne den pullen wir nicht Hier ist ein Relikt Aber wie entspannt ich hier Diese Mobs äh mache Mit meinem Schurken Bin ich hier ständig Geplatzt ne Ja man muss Muss dann auch irgendwie Oft ran an den Feind Und so Und Ich bin ja echt ständig Gestorben Ich hab dann zu Ne Jägerin gefunden Mit der ich das zusammen gemacht hab Das war echt sehr unangenehm Ja Schreibt mir hier gerne mal Ich hab das jetzt quasi schon mal So ein bisschen gespoilert Wie gesagt Ich mach da ja schon mal Ähm Ein Ähm Ein Wohnzimmerrapport Video drüber Über Projekte Unter anderem natürlich auch Red Dead Und Den Microsoft Flight Simulator Also das schon mal ankündigen Dass es das geben wird Sehr schön Aber ihr seid ja eh Ähm Eine Recht besondere Zuschauerschaft Hier muss ich sagen Ähm Ja einfach dadurch Dass wir hier so ein kleiner Intimer Kreis sind Kann man fast sagen ne Bei dem Let's Play hier Von daher wisst ihr jetzt schon mal Ein bisschen mehr Als der Rest der Community Könnt ihr euch ruhig schon mal Äh Hier auch posten Was ihr von Red Dead halten würdet Irgendwie Aber Oder ob er sagt so Ne hab ich jetzt schon woanders gesehen Weil es ist ja auch schon Vor ewiger Zeit released Aber ich hätte das so gern gemacht Aber das wäre halt ne Capture Karte Die mich halt 200 Euro kostet ne Und deswegen hab ich das halt nicht gemacht Weil nur für dieses eine Spiel Und Dazu kommt Dass die Xbox Halt auch Also die Xbox One Dass das halt ein steinaltes Ding ist Und Ähm Ja Die Grafik ist schon geil Das kommt halt auch dazu Die Grafik ist so Trotz dieser alten Box Ähm Trotz dieser alten Grafikkarte In der Xbox So Abgefahren geil einfach Ähm Das Da müssen wir den doch pullen Ja Der hätte es sowieso Ähm Äh Die Äh Ja die ist einfach so krass Was diese Immersion Ganz massiv verstärkt Also da die verschiedenen Wettereffekte Lichteffekte Durch den Wald reiten Wenn die Sonne durch die Bäume bricht Im Regen Wenn dann das Wasser Von der Hutkrämpfe tropft Und die Gewitter oben Irgendwie In der Pampa Und äh Ach keine Ahnung ey In den Sümpfen Und in der Wüste Und Boah Ey ist nicht dein Ernst Warte Ich dachte Der klaut mir das Ey Mal ein bisschen Konzentrieren hier So Ach man Ich dachte der klaut mir eben Dieses Relikt ey Der hat leider Mein Fear resisted hier Ähm Ja Es ist einfach Wir könnten da halt einfach Ein super schönes Äh Let's Play Zum Relaxen machen So ein bisschen wie hier auch Ja wo ich einfach Ein bisschen quatsche Und äh Könnte man auch als Stream Irgendwie wunderschön machen Und wo man einfach Ähm Dieses Spiel genießt Was Was einfach Ich weiß nicht Also Red Dead Redemption Toppt alles Was es jemals Irgendwie gab Ähm Äh In Sachen Immersion Wirklich Ich find's so So geil Wir haben ja auch bald Level Up Ne Ja ich wollte jetzt eigentlich Ähm Opsa Ich wollte eigentlich Oh ne warte mal Machen wir lieber mit Dings Mit Zabberstab Wir haben noch Mana Äh Die restlichen Relikte hier Offscreen sammeln Ähm Ja ich glaub das werd ich auch machen Das ist eh kein wichtiges Level Up Das ist nur ein Pünktchen zu vergeben Und Ja genau Dann machen wir das so Alles klar Dann vielen Dank Dass du Bis zum Schluss hier Dabeigeblieben bist Schreib mir natürlich gerne Deine Gedanken Zu allem Was ich jetzt hier erzählt hab Ähm In die Kommentare Würde mich sehr interessieren Ähm Hast du vielleicht auch so Erfahrungen Irgendwie mit nem Cousin Und nem Äh Mit nem coolen C64 Oder Äh So weiter Ja Mit Anglizismen Äh Und so und so Wir haben echt ganz schön viel gequatscht Jetzt diese Folge Naja Irgendwas muss man ja machen Während man hier läuft Und äh Castet Und so weiter Ich bin der Basti Ich bin hier raus Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal